In Business TV präsentiert ATV Unternehmen aus Augsburg und Schwaben. Familie & Co. ist eine Kooperation von ATV und der katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg. Business TV Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Sonderausgabe von Familie & Co. Die Mehrzahl der Kinder ist nach wie vor zu Hause, Grundschulen und Kitas sind weiter geschlossen. Da aber viele Eltern oft im Homeoffice arbeiten, ist in diesen Zeiten der Fernseher oder das Tablet ein beliebter Babysitter. Doch was ist in dieser Ausnahmesituation eigentlich okay und worauf sollten Eltern achten? Dazu haben wir uns auch heute Erziehungsexperten und Pädagogen eingeladen. Ich begrüße den Erziehungsberater und Diplom-Psychologen Michael Leicht. Schön, dass Sie da sind. Und den Sozialpädagogen Simon Bühler. Auch an Sie herzlich willkommen. Ja, die Kinder sind jetzt zwangsläufig mehr mit den Medien beschäftigt. Sei es mit einem Film anschauen am Fernseher, wenn die Mama vielleicht eine Videokonferenz hat. Aber auch, sei es um Kontakt zu halten mit den Freunden oder mit den Großeltern skypen. Ist es denn grundsätzlich, Herr Leicht, in so einer Ausnahmesituation okay, dass die Kinder jetzt mehr Medien nutzen? Also, Sie haben völlig recht. Wir sind alle, sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder, die gesamten Familien, in einer Ausnahmesituation. Und ich denke, besondere Zeiten erfordern da einfach auch besondere Mittel, sodass es völlig legitim ist, wenn Kinder deutlich mehr Medienzeit gegenwärtig haben als auch in anderen Situationen. Und Medien haben ja unterschiedliche Funktionen und dienen nicht nur der Unterhaltung. Aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Ja. Herr Bühler, Sie sind am Frerosche Kinderzentrum auch für die Angebote an den Schulen im Landkreis Augsburg zuständig. Zum Beispiel für Ganztagsbetreuung oder jetzt auch für die Notgruppen. Wie sehen Sie das? Haben Sie da auch Rückmeldungen von den Eltern, kommender Eltern oder Pädagogen und fragen Sie, wie man mit diesem Thema umgehen sollte jetzt? Also wir an den Schulen, wir halten im Moment quasi die Stellung und gehen aktiv auf die Familien zu. Und da kommen auf jeden Fall Rückfragen auch bei den Eltern, was die Hilfe in der Alltagsstrukturierung betrifft. Und es sind ganz alltagspraktische Tipps. Medien, aber auch wie gestalte ich meinen Alltag ohne die Medien? Das ist ja vielleicht auch eine interessante Frage, auf die wir noch nachher kommen, was man den Kindern alternativ anbieten könnte. Aber Herr Leicht, wir haben es jetzt vorher schon angesprochen, auch wir Erwachsene können jetzt mit Kollegen oder auch mit Freunden, mit den eigenen Eltern nur über Skype oder Telefon oder FaceTime oder E-Mail im Kontakt sein. Und auch Kinder können das. Sollte man da jetzt auch unterscheiden in der Medienzeit zwischen Kontaktpflege, sage ich jetzt mal, und dem tatsächlichen Spielen oder Anschauen von Filmen? Auf jeden Fall, weil ich denke, in dem Moment, wo Kinder auch aktiv im sozialen Kontakt sind, beispielsweise mit ihren Großeltern, ist das etwas, was sie ja ansonsten auch hätten und wo gegenwärtig andere Alternativen oft fehlen. Und daneben gibt es einfach den Bereich der Unterhaltungsmedien. Und ich würde durchaus da einen Unterschied machen. Sie haben jetzt gesagt, Sie geben da auch Tipps, wie man Kinder jetzt, wenn man zum Beispiel arbeiten muss, die Kinder sind zu Hause. Es geht vielleicht ja auch mal gut, dass die Kinder mal eine halbe Stunde, Stunde, je nach Alter auch mal schön spielen oder was gemeinsam machen, wenn man mehrere Kinder hat. Aber irgendwann kommen, glaube ich, alle Eltern an den Punkt, wo sie sagen, du, ich muss jetzt das und das noch erledigen, jetzt schalten wir mal den Fernseher an. Haben Sie Angebote, wie man Kinder alternativ beschäftigen kann, dass man nicht immer gleich sofort als erstes zum Tablet oder Fernseher greifen muss? Also da geben unsere Mitarbeiter vom Frerösche Kinderzentrum eben diese alternativen Tipps. Da geht es von ganz kreativen Möglichkeiten wie Basteln bis hin zu kleinen Sportübungen für zu Hause. Auch oft angeleitet dann wieder über Medien. Aber wenn man sich das ein-, zweimal angeschaut hat, braucht man es nicht noch mal sehen. Bis wirklich auch, wenn man das Glück hat, man hat einen Garten, dort auch kreative Projekte zu machen und auch gern mal die Kinder mit an die Hand zu nehmen, um da im Garten zu werkeln mit den Kindern. Und oft entsteht da dann einfach viel Eigenprozess bei den Kindern. Kommen da bei Ihnen auch Anfragen in der Erziehungsberatungsstelle? Wir haben auch mit diesem Thema zu tun, weil es natürlich einfach lange Zeiten miteinander zu füllen gibt, die ich aber selber auch als Chance sehe. Weil es gibt auch Zeiten, die die Familie miteinander für sich nutzen kann, wo es durchaus möglich ist, auch für die Zeit nach dieser Krise zu überlegen, wie man gewisse Dinge machen möchte, wie man beispielsweise in den Urlaub fahren möchte, wenn das wieder normal möglich ist und so weiter und so fort. Und ich denke nicht, dass die Zeit, die man miteinander hat, nur anstrengend sein muss, sondern man kann die, denke ich, sehr, sehr positiv auch miteinander nutzen. Auch indem man beispielsweise manche altmodischen Dinge tut, indem man einfach miteinander spricht oder etwas miteinander spielt. Ich glaube, das genießen jetzt auch gerade viele Eltern und Familien. Hören Sie da auch Feedback in diese Richtung? Auf jeden Fall. Also es wird vieles entschleunigt, was natürlich auch sehr angenehm ist. Ich denke, ganz wichtig ist für alle Kinder und Eltern, dass man in Beziehung ist, dass man miteinander die Dinge wahrnimmt. Und auch Medien, dass man da in Beziehung ist, was schaut mein Kind, was konsumiert mein Kind und wie werden Bilder eventuell an die Großeltern weitergeschickt und weiterverbreitet. Das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen. Man merkt jetzt eigentlich auch in so einer Situation, wie wichtig Medien auch sein können, wenn man eben keine andere Möglichkeit hat, mit den Großeltern in Kontakt zu treten, als vielleicht, wenn sie die Möglichkeit haben, die Großeltern über Skype oder über FaceTime. Aber was sollte man da denn beachten? Worauf sollten Eltern achten? Ich denke, alles, was grundsätzlich für Medienerziehung gilt, und das bedeutet für Eltern, sich immer auch selbst mit den Medien auseinanderzusetzen und aktiv mit diesen Medien zu beschäftigen, mit den Chancen, die darin liegen, einerseits, und mit den Risiken, die auch damit verbunden sind, andererseits. Das gilt auch jetzt nicht anders als sonst. Und da sind Eltern einfach aufgerufen, sich damit wirklich selbst zu beschäftigen. Und ein weiterer wichtiger Punkt, der mir dazu einfällt, ist, dass wir immer natürlich auch Vorbild sind als Eltern. Und wir müssen uns klar sein, dass viele Kinder natürlich einfach bei ihren Eltern sehr direkt erleben, dass die auch sehr viel Medienzeit verbringen, weil es einfach ein berufliches Erfordernis gegenwärtig darstellt. Das heißt also, zum Beispiel, wenn ich jetzt von meiner Tochter ausgehe, die hat vorher eigentlich selten mein Handy benutzt. Jetzt tritt sie aber über mein Handy auch mit den Großeltern oder mit Freunden in Kontakt. Sollte man jetzt die Zeit auch so praktisch die Chance nutzen, da jetzt auch Medienerziehung zu machen, weil man jetzt eben gerade den Anlass hat? Das ist auch eine Chance, die die Zeit bietet, die man miteinander hat, weil ich wirklich auch Zeit dafür habe, mich mit dem Kind hinzusetzen, mir gewisse Inhalte gemeinsam anzuschauen und mich auch technisch selber schlau zu machen, weil Medien sich ja auch schnell entwickeln und es auch immer wieder erforderlich ist, dass wir uns selber damit beschäftigen, damit wir diesen Entwicklungen auch, damit wir da mitgehen können, damit wir da auf dem Laufenden bleiben. Jetzt ist ein weiterer Punkt ja, dass die Kinder auch die Medien nutzen derzeit, um für die Schule was zu erledigen. Sei es, dass die Lehrer Material über E-Mail schicken oder dass es auf Websites gestellt wird zum Download oder dass Kinder Lern-Apps benutzen, um einen Stoff einfach zu wiederholen oder sich anzueignen, den man sonst in der Schule mit dem Lehrer lernen würde. Wie kriegen Sie das denn an den verschiedenen Schulen mit? Funktioniert das überall gut oder merken jetzt viele Schulen, dass sie eigentlich vorher viel zu wenig gemacht haben in die digitale Richtung? Also das ist komplett unterschiedlich. Wir haben Schulen, die sind, was die technische Ausstattung und auch das Know-how betrifft, wirklich vorbildlich. Die haben eigene Apps, die kommunizieren eben über diverse Videokonferenzen mit den Kindern. Da ist wirklich Unterricht über den Bildschirm. Dann haben wir aber auch Schulen, da läuft es nicht ganz so fortschrittlich, da läuft es eben über E-Mail, aber auch über Post. Es sind wirklich unterschiedliche Voraussetzungen, auch an den Schulen vor Ort und auch was das Personal betrifft. Genauso auch muss man den Bogen spannen zu den Familien selber. Nicht jede Familie hat auch die technische Möglichkeit, in Videokonferenzen teilzunehmen. Also da ist wirklich eine ganz unterschiedliche Rückmeldung von den Schulen. Ist jetzt diese Phase auch so ein Erfahrungen sammeln für, wie kann oder wie sollte eine Schule digital in Zukunft aufgestellt sein? Ich denke auf jeden Fall, das sollte man als Möglichkeit nehmen und unsere Erfahrungen damit sammeln und dann dementsprechend, wenn was nicht so super klappt, nachjustieren. Wie kann man denn jetzt so eine Phase Kindern erklären, dass jetzt vielleicht manche Dinge ausnahmebedingt erlaubt sind oder dass es einfach jetzt eine Ausnahmesituation ist und dass vielleicht manches hinterher wieder ein bisschen zurückgeschraubt wird? Es gibt natürlich in Erklärungen, die man Kindern liefert, nie Patentrezepte und nie auswendig zu lernende Sätze, die dann so stimmen und dann so in Ordnung sind, sondern ich denke, da geht es viel um das Gespür, was kann mein Kind schon verstehen und wie der Herr Bühler auch schon gesagt hat, wie bin ich mit dem Kind in Beziehung. Wichtig, denke ich, ist gegenwärtig, dass man benennt, dass es eine Ausnahmesituation ist, die sich hoffentlich auch sehr bald wieder verändern wird, damit es hinterher keinen Streit gibt. Und gerade Kinder im Schulalter, Grundschule, weiterführenden Schulen, die verstehen das ja dann auch, die merken ja auch selber ganz deutlich, dass es eine Ausnahmesituation ist, sie können nicht in die Schulen. Genau. Und zwar nicht nur anhand der Medien, sondern anhand der generellen gesellschaftlichen Situationen, die man auf den Straßen bemerkt und in jedem Supermarkt. Und ich denke, dadurch wird das auch nochmal deutlich. Jetzt haben wir schon gesagt, wir sollen unterscheiden zwischen Mediennutzung, wenn es um Kontaktpflege oder auch um Schularbeiten geht und dann noch dieser Freizeitmediennutzung, wenn ich einen Film anschaue oder am Tablet Spiele mache. Aber wo würden Sie denn sagen, ist bei dieser Zeit eine kritische Marke? Ich weiß, das ist immer schwierig, da Zeitangaben zu nennen, aber woran kann man es vielleicht erkennen? Kann man erkennen, dass es jetzt doch zu viel ist, die Zeit, die mein Kind vor dem Fernseher verbringt? Es gibt durchaus Empfehlungen. Wenn ich richtig informiert bin, hat auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Empfehlungen herausgegeben zu Medienzeiten. Diese beziehen sich aber natürlich nicht auf die gegenwärtige Situation. Und insofern ist es umso schwerer, jetzt in der Situation Zeitmarken zu nennen, zumal Kinder sich natürlich sehr stark auch voneinander unterscheiden. Und ich denke, auch da geht es sehr stark um die Einschätzung, was passt für mein eigenes Kind und wie reagiert es auf diese Medien und wie viel Zeit ist da in Ordnung? Ich denke, wichtig ist vor allem, dass man auf den Inhalt schaut, nicht auf die quantitative Art und Weise, wie das Kind Fernseher sieht, sondern auf die Qualität. Dementsprechend eine Zeiteingabe, wie der Herr Leichter sagt, ist ganz schwer umzusetzen. Und das ist ja auch immer Ihr Ansatz gewesen. Sie haben auch oft gesagt, wenn wir über das Thema Mediennutzung gesprochen haben, wichtig ist, glaube ich, worauf Eltern achten sollten. Sie sollten wissen, was die Kinder schauen und tun. Ist das was, was viele Eltern, die setzen die Kinder dann einfach vor den Fernseher und geben den Kindern die Fernbedienung in die Hand? Also da gibt es tatsächlich dann Dinge, wo man das schon selber durchaus in der Hand hat. Ja, ich kann beispielsweise auch besonders kleinere Kinder, wenn jetzt kleinere Kinder gegenwärtig Medien konsumieren, auch darauf achten, dass die nicht jedes Mal etwas Neues sehen, sondern durchaus öfter dieselbe Sendung, weil die einfach in ihrer Verarbeitung oft anders funktionieren, wenn man so will. Und da macht es schon Sinn, sich auch mal daneben zu setzen und auch wirklich das Kind zu beobachten, nicht nur den Fernseher anzuschauen, sondern das Kind zu beobachten und zu gucken, wie reagiert mein Kind auf diese Inhalte? Und was löst es da aus und wie viel kann es da vertragen? Und auch das ist nicht standardisierbar oder generalisierbar in einer Zeit auszudrücken. Herr Leicht, Herr Bühler, herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Ich denke, Sie haben den Eltern da noch einige wertvolle Tipps mit an die Hand gegeben. Ja, liebe Zuschauer, Ihnen danke ich fürs Zusehen und ich hoffe, es waren ein paar Tipps für die nächsten Wochen für Sie auch dabei. Halten Sie einfach weiter durch, machen Sie das Beste aus der Situation und bleiben Sie gesund. Bis bald hier bei ATV. Auf Wiedersehen.